Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema ist heute hochaktuell, es ist Schwerhörigkeit. Warum versteht mich mein Partner nicht mehr? Und da haben wir die Freude, Herrn Dr. Patscheeke vom Städtischen Klinikum Hals-Nasen-Ohren-Klinik begrüßen zu können. Ja, wann merkt man denn, dass man schwerhörig ist? Häufig merkt man es selbst nicht als erstes, sondern die Umgebung merkt es, so wie der Titel mit dem Partner das auch schon andeutet. Es fällt einem auf, dass der Partner plötzlich so laut redet, dass der Fernseher immer so laut ist, dass er immer nachfragt, wenn man denkt, das muss er doch eigentlich verstanden haben. Und dann kommt man irgendwann auf die Frage, sag mal, bist du schwerhörig? Und dann ist der Punkt da, wo man einen Hörtest machen sollte beim Harnoarzt. Und diese Hörteste sind dann auch aussagekräftig genug? Ja, da bekommt man Töne auf so einen Kopfhörer und da muss man drücken, wenn man den Ton hört. Und da gibt es halt Normwerte, wann ein Gesunder diesen Ton dann schon hört. Und wenn man schwerhörig ist, dann drückt man zu spät. Oder der andere Test ist, dass man Wörter bekommt und die halt auch verstehen muss, nachsprechen muss. Wenn es sozusagen falsch ist oder eine zu hohe Lautstärke benötigt wird, dann weiß man, man ist schwerhörig. Was gibt es denn für Ursachen für Schwerhörigkeit? Die häufigste ist im Alter. Die Altersschwerhörigkeit betrifft dann fast die Hälfte der Bevölkerung über 70 Jahre, immerhin. Also wahnsinnig viele. Aber es gibt natürlich auch taubgeborene Kinder. Das ist was Seltenes wiederum. Dann gibt es Infektionen oder seltenere Sachen, wobei auch häufiger Sachen wie Hörsturz zum Beispiel. Das merkt man aber eher anders. Das ist eher auf einer Seite dann. Und dann merkt man sofort, dass man nichts mehr hört. Also da merkt es eher der Betroffene selbst. Genau. Und das andere merken dann die anderen, die dann sagen, warum machst du es immer so laut? Weil sie halt schleichend kommt. Die beidseitige Schwerhörigkeit im Alter, die kommt in der Regel schleichend. Und es gibt diese Formen auch bei jüngeren Patienten schon. Und dort ist es dann halt eine Krankheit, die früh einsetzende, beidseitige, zunehmende Schwerhörigkeit. Kann man denn der Schwerhörigkeit vorbeugen? Das ist schwierig. Es ist wie so viele Erkrankungen, hat sie eine hohe genetische Komponente. Also die Veranlagung ist wahrscheinlich das Wichtigste. Dann spielt natürlich Lärm eine Rolle. Das ist ganz wichtig. Das ist ja auch eine anerkannte Berufskrankheit, eine Lärmschwierigkeit. Bei Rockmusikern. Bei Rockmusikern, das würden immer alle denken. Das ist sicher auch so, da gibt es wenig Daten. Ich habe selbst mal so Untersuchungen gemacht und bin so zu Rockmusikern gefahren, habe da die Lautstärken gemessen. Und da muss man sagen, die haben relativ gut hören können. Sie waren aber auch meistens jung. Lärmschwierigkeit ist ganz relevant als Berufskrankheit, wird aber im Vergleich zur Altersschwierigkeit eher im Hintergrund zu sehen sein. Mir fällt da nur ein, The Who, Roger Daughtry, der soll ja schwerhörig sein, wenn man diese ganz alten Rocker da noch sieht. Aber die haben Sie nicht untersucht? Ich denke, ich habe auch alte Rocker untersucht, jetzt nicht den von The Who. Und die haben ganz häufig einen Tinnitus, leiden darunter nicht, haben überhaupt kein Problem damit, haben aber einen Tinnitus, hören auch schlecht und haben auch kein Problem damit. Sie hatten vorhin den Hörsturz angesprochen. Das ist ja nun etwas sehr Unangenehmes für den, den das betrifft. Beginnt schlagartig und man hört plötzlich nichts mehr. Gibt es da irgendwelche Dinge, die das beeinflussen können? Wie kommt man zum Hörsturz? Wie kommt man zum akuten Verlust des Hörvermögens? Da sind wir immer noch nicht weitergekommen seit vielen Jahrzehnten. Man kennt die Ursache des Hörsturzes nicht. Er ist definiert als ein plötzlicher Hörverlust auf einer Seite unbekannter Ursache. Wir wissen nur, das Problem ist das Innenohr. Also es ist ein Innenohrabfall unbekannter Ursache. Also die Geschichte mit Stress und Medikamente und nichts getrunken und Flüssigkeitsmangel, das spielt keine Rolle. Ja, man hat ja immer irgendwas in seinem Leben, was gerade war, worauf man das beziehen kann. Das ist ganz menschlich. Aber da konnte man in Untersuchungen keine Zusammenhänge wirklich beweisen. Gibt es denn auch andere Ursachen für Schwerhörigkeit, also andere internistische oder neurologische Erkrankungen, an die man denken müsste? Das gibt es natürlich. Das sind aber eher seltenere Sachen. Also die häufigste Ursache für Schwerhörigkeit ist zum Beispiel auch der Ohrenschmalzpropf. Eine sehr dankbare Ursache, weil sie ganz leicht zu beheben ist. Aber auch da muss man dran denken. Also sehr, sehr häufig bei älteren Menschen. Und eigentlich ganz wichtig zu unterscheiden, ist es nur ein Ohrenschmalzpropf oder hat derjenige eine Altersschwerhörigkeit, braucht ein Hörgerät. Und diese Schwerhörigkeit muss man ja auch irgendwie behandeln können. Was kann man denn da tun? Also Schwerhörigkeit, als erstes muss man wissen, was ist die Ursache? Und wenn man jetzt wie beim Hörsturz es nicht weiß, wo die Ursache ist, dann muss man überlegen, welche verschiedenen Ursachen für andere Schwierigkeiten kommen in Frage. Also erst mal schauen, am Gehörgang verstopft, ist das Problem im Mittelohr, ist das Problem im Innenohr, könnte es zwischen Innenohr und Gehirn liegen oder liegt es vielleicht sogar im Gehirn. Also braucht man eine sehr ausführliche Diagnostik für das Ganze? Unter Umständen, ja. Also muss man frühzeitig, wenn man das merkt, zum Hals-Nasen-Uhr-Arzt gehen. Das ist sicher ratsam. Und das finde ich ganz wichtig. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Patscheeke. Und ich hoffe, wir haben was gelernt und werden entsprechend reagieren, wenn wir nicht mehr gut hören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.